So, zum LG. Einer schon mal ausgebaut. So ist er eingebaut immer. Hier haben wir auch die Halterung. Was man natürlich sehen kann, die Slick ist ziemlich eingequetscht und was halt das Problem ist, sieht man auch hier, sie ist gerissen. Das hat ein großer Nachteil bei den Talen. Ha, sicher rum. Kopfschmerzen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017